Hallo, hier ist der Martin von meinem Jahr und geht es um die DAX-Analyse für den Mittwoch, den 8.12.2021. Ich bin leider ultra spät dran, hatte hier noch andere Sachen auf dem Tisch, die schnell weg mussten und habe es jetzt nicht eher geschafft. Ich versuche es deswegen, oder ich muss es deswegen kürzer fassen. Eigentlich ist es ein klassischer Tag, wo man ja wirklich sich mal Zeit nehmen sollte und noch mal ein paar wichtige Sachen durchsprechen, muss. Weil das einfach Tage sind, das ist immer wieder so. Davon haben wir im Jahr, im Monat 1, 2, maximal 30 Tage haben wir im Monat mal stehen. Aber es sind in der Regel dann doch die Tage, wo die meisten halt einfach richtig auf die Fresse kriegen und sich da auch einen Zahn rausschlagen. Das symbolisch hier, der Affe, der jetzt hier gestern ausgebrochen ist, der noch im Käfig drin hang, wir haben ja drüber gesprochen, 15400, 15100, die ganze Zeit daneben, die ganze Zeit umher. Wenn der DAX aber über 15400 rausgehen sollte, dann hat er Platz gehabt oder haben wir Platz gegeben bis 550, 600. Dort sollte er drehen, wenn er dort nicht dreht, dann hoch bis an die 57. So die Erwartungshaltung. Wenn sich der eine oder andere das jetzt noch mal durch den Kopf gehen lässt und vielleicht das auch das festgestrige Video noch mal anguckt, würde er sich sagen, ja, was für ein Dreck aber auch halt, ne? Weil, was passiert, wenn so ein Aufwärtsgap kommt? In der Regel diejenigen, die schon drin sind, die hoffen dann auf den Gap-Close, nach unten. Die sitzen in jedem möglichen Level, was dann kommt, sitzen sie da und denken, oh, jetzt kommt er wieder runter, jetzt dreht er bis, jetzt kommt er und man kriegt sich dann nicht mehr gelöst einfach von den Positionen. Also ich kenne das jetzt selber, ich habe ja früher auch ganz gerne sowas, also so gehandelt und diese Fehler einfach immer wieder und immer und immer und immer und immer wieder gemacht halt, aber es bringt einem letztendlich nicht weiter und irgendwann muss man diesen Sprung machen, man muss diesen Schweinehund überwinden und sich dahingehend weiterentwickeln, ja? Dass man einfach sagt, okay, es ist mein Geld, es ist meine Entscheidung, das, was ich hier setze, das muss am Jahresende auch irgendwie mal was Grünes rausbringen. Das heißt, ich persönlich, für mich muss versuchen, Fehler abzustellen, die mich immer wieder viel Geld kosten. Und so eine Tage sind klassische Tage, die die Leute immer, immer, immer wieder Geld kosten. Natürlich kann man sich das einfach machen. Ich habe das früher, ich kann nicht Lieder von singen. Ach, was habe ich andere YouTube-Analysten bepöbelt und beschimpft? Was habe ich denen für rotze Kommentare drunter geschrieben, weil die in meinen Augen dran schuld waren, dass das, was ich verzapft habe, in die Hose gegangen ist. Aber eigentlich hätte ich persönlich an so einem Punkt, wie zum Beispiel, wenn ich hier durchgehe, durch so eine 15.600 und man merkt, da kommt nichts zurück, der macht nichts, eine Position vielleicht nicht direkt gleich abstoßen, aber zumindest mal reduzieren. Wenn ich dann sehe, okay, dann hier bei 6, keine Ahnung, 6,50 hat er noch einen Platz, dann dreht er das auch nicht. Dann in den nächsten Teil reduzieren, dass ich einfach ausdöne, damit ich das Risiko rausnehme oder grundsätzlich gleich nach einem Aufwärts-Gap über 15, 15 sage, okay, für mich nicht, ich gehe wieder rein, wenn das alles zu ist, wenn der Markt unten ist und so weiter. Dass man einfach rausgeht. Für mich eine gute Technik ist, dass man Verluste zum Beispiel am Abend, also ich sage mal von Trades, die jetzt kein konkretes fixes Setup haben, ne? Also ich sage mal, wenn ein Trade einen Stop Loss hat, der hier bei 5,50 ist und man ist hier bei 400 eingestiegen und man Müll den bis zu 100 laufen lassen, das meine ich nicht, aber es hilft vielen, die keine Orientierung so richtig drin haben, was wollen sie eigentlich mit ihren Trades machen, immer am Abend alles glatt zu stellen, was im Minus steht. Das kann man sich ruhig mal so als auch Idee oder Anregung mitnehmen, damit es einem nicht so geht, dass man hier jetzt noch in einer Position drinnen sitzt, die bei 15,150 oder 15,200, 15,300 gestartet wurde und man sitzt jetzt bei 15,800 da und denkt sich, scheiße, was mache ich jetzt mit dem Ding? Weil das ist echt kacke. In so einem Moment reagiert man immer falsch. Man wird immer im absoluten Top verkaufen. Entweder verkauft man jetzt, weil man sich sagt, na gut, morgen geht es höher, dann fällt es jetzt direkt runter oder man sagt, man verkauft jetzt noch nicht, weil der fällt jetzt eh, dann steigt er weiter, dann steht man morgen bei 15,39 und sagt sich, boah, fuck, was mache ich jetzt mit meinem Short? Ja, vielleicht dreht er ja hier noch, dann steht er bei 16,000 und dann sagt man sich, okay, nee, dann haue ich ihn jetzt bei 16,000 weg. Und dann dreht der Markt dort runter und macht seinen Rücklauf. Aber wie man es macht, macht man es in so einer Situation immer verkehrt. Da gibt es auch keine richtige Lösung. Die richtige Lösung ist von vornherein, einfach zu reduzieren und aufzupassen, dass man eben nicht so eine Strecke gegen sich gestellt kriegt. Und ich glaube, da haben wieder ganz, 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 ganz viele jetzt wurden überrascht. So wie der Tag aussieht, wurden ganz, ganz, ganz viele überrascht. Sonst würde der nicht so aussehen. Und haben hier jetzt einfach, wurden im Minus rausgetragen halt. Und ich habe es auch mitgekriegt, relativ viele sind schon raus. Sind sogar schon im Bereich hier so knapp über die 666, was waren das hier so, 650, 700. Da hat es schon relativ viele rausgelöst. Und dann ist hier so, und zum Abend sind auch so die, 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 die wirklich so im Tunnel über den Tag drinne waren, schockiert waren, vielleicht auch nochmal nachgebaut haben. Das sind auch schon einige gelegt. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der Mittwoch gar nicht so, gar nicht so dominant nach oben wird. Ich könnte mir vorstellen, dass der Mittwoch vielleicht sogar eher zur Seite geht, komplett zur Seite geht. Oder hier sogar mal einen Rücklauf, einen Rücklauf, einen Rücklauf, was würde ich sagen, einen Rücklauf eindeutet. Das würde ich sagen. Und dann müssen wir uns auch genau angucken, wie der dann vonstatten geht. Wir haben jetzt hier eine markante Aufwärts, einen Aufwärtsstrang von hier. Mein Geschmack ist ein bisschen zu korrektiv, aber gucken wir uns dann gleich an, wie wir das werten. Dann haben wir hier eine Abwärtsbewegung gehabt und jetzt nochmal eine Aufwärtsbewegung. Wenn ich mir das vom Verhältnis angucke, sind das so etwa, was werden das sein, 161% oder sowas. Mal gucken. Ja, nicht ganz. Fehlt noch ein bisschen was. Die 8,70 rum. Aber er hat zumindest von der Bewegung her sich erstmal an dem ersten Strang orientiert und jetzt hinweg geschickt. Das heißt, wir hätten jetzt hier Platz für eine Korrekturwelle, die kann relativ tief kommen. Und das wird dann schon wieder die nächste Herausforderung für die Nächsten. Wenn sie jetzt hier vielleicht glattgestellt haben, weil 15.800 aus Shorts rausgegangen sind. Und der Mack fängt jetzt zum Mittwoch an einzudrehen, dass man dann nicht unbedingt gleich der Erste ist, der der Longs sucht. Weil, ich sag mal, der hat da jetzt nicht viel stehen lassen. Hat auch einiges schon rausgeräumt. Und hat natürlich auch diesen Weihnachtseffekt jetzt, Weihnachtstrille-Effekt, so ein bisschen im Nacken. Der könnte sich jetzt theoretisch ganz am Mittwoch nach unten werfen. Der würde genug Futter umgesetzt kriegen halt. Einfach, weil da viele jetzt Druck haben, rein zu müssen und aufzulösen. Da würde ich zum Mittwoch wirklich ein bisschen aufpassen, wenn der nach unten arbeitet. Das könnte im Zweifels sogar durchaus, das klingt mal jetzt ein bisschen blöd, aber es kann durchaus in die Zone reingehen. Also, dass er am Mittwoch die halbe Kerze wieder zurückschiebt. So im Bereich um 700, der wäre ganz interessant. Und dann eben tatsächlich hier unten rein. Ja, Gap ist auch noch offen bei, was ist das hier, 400, 410. Aber da wäre ich schon ein bisschen vorsichtig halt, wenn der zum Mittwoch jetzt hier in die Umkehr reingeht. Wir haben hier angelaufen einen Supportbereich. Die 750 ist eine super Zone. Haben hier oben noch das Gap bei 39. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es offen lässt. Es hätte einfach mehr Reize für den Markt. So ein bisschen mehr Spannung drin. Weil er natürlich das, was er jetzt hier unten zum Druckaufbau genutzt hat, dass die Leute alle die 14800 noch sehen wollen. Den Effekt hätte er natürlich jetzt oben auch, wenn wir jetzt viele noch in das Gap rein wollen, die jetzt hier vielleicht sogar noch reingekommen sind. Und dass er die unten raus umgesetzt bekommt. Also, bringen wir es mal auf den Punkt. Was haben wir jetzt die ersten Minuten eigentlich gesagt? Das Scheiße ist doch recht lang geworden. Die ersten Minuten haben wir gesagt, wichtig ist, zu gucken, wo habe ich Triggerpunkte, wo kann der Markt wegrennen, wo löst der Range das oben nach auf, wo sollte ich vielleicht Positionen trennen. Das heißt, im Falle über 400, wo wir gesagt haben, hat hier Platz bis 750, hat hier Platz bis 600. Nehmt sowas einfach mit, arbeitet damit. Darum sprechen wir dann. Es ist einfach schade, wenn man dann drinnen sitzt und man lässt sich das 800 Punkte, die Position jetzt hier, gegen das Gemüt tragen. Das sind ja nicht 800 Punkte, aber das ist trotzdem ein ganzes Stück gewesen halt. Das tut uns schon ein bisschen weh. Und ich verstehe auch, dass dann einige gefrustet sind, aber wenn man nur mit Frust reagiert, dann ändert sich beim nächsten Mal nicht. Jetzt halt, da muss man sich wirklich hinsetzen, macht sich mal so ein kleines Trading-Tagebuch und dann schreibt man sich rein, was eigentlich der Fehler war. Und der Fehler ist nicht, das sage ich gleich vorher, ich habe ja gewusst, dass es steigt. Alle anderen haben Short gesagt, ich habe deswegen Short gehandelt. Das ist nicht der Grund. Der Grund ist ja wirklich Risikomanagement. Ja, absichern. Wo bis wohin lasse ich Positionen laufen, wohin gebe ich Positionen, wie lange bin ich. Das nächste Mal sitzt ihr nämlich da, sagt euch, oh, ich weiß, der steigt jetzt weiter. Alle anderen sagen, es fällt. Und dann sitzt ihr hinterher da und sagt, dann hätte ich nur mal auf die anderen gehört. Das ist nicht die Lösung. Ne, weil das könnt ihr drehen, wie ihr wollt, immer wieder hin und her. So funktioniert das nicht. Aber wie kann ich mich vor solchen Tagen schützen? Ich kann mir ein Tageslimit setzen, dass ich nur so und so viel Geld verliere. Ich kann dafür sorgen, dass ich keine Minuspositionen über Nacht in die nächsten Tage mit reinlaufen lasse. Dann wäre ich hier mit einem Short aus dem Vortag nämlich definitiv nicht mehr drin gewesen. Ich kann meine Trade-Anzahl pro Tag limitieren, dass ich sage, wenn ich ein, zwei Mal ausgestopft werde, weil ich zum Beispiel den ganzen Tag Short suche, dann handle ich nicht weiter. Ja, das sind alles Möglichkeiten, die ich habe. Ich muss sie bloß irgendwie nutzen. Aktiv auch. Aktiv wirklich mit arbeiten. Aufhören, vielleicht das als so Duddelei nebenher zu betrachten und wirklich versuchen, ernsthaft anzugehen als eine Art Business. Geschäft. Arbeit. Ja, dass man wirklich, ähm, das geht einfach nur ums Geschäft. Es geht um die Punkte. Es geht um Wahrscheinlichkeiten und um die Punkte. Und am Ende muss es euch egal sein, ob wir eine 14800 kriegen oder eine 15910. Am nächsten Tag muss es so weitergehen können, dass ihr ganz normal am nächsten Tag so neutral im Kopf wieder seid, dass ihr einfach die nächsten Chancen wieder wahrnehmen könnt. Wenn ihr euch an so einem Tag total vertüdelt, braucht man eigentlich am nächsten Tag auch nicht mehr traden. Da kann nichts Gescheites bei rumkommen. Na, das ist einfach so. Und da wirklich der Appell, das Reinreden, ähm, heute mal in Kurzform. Normalerweise machen wir das länger, ziehen das auf fast 20 Minuten aus. Ich kann auch Stunden zu erzählen, nicht sagen, was unsere Leute alles falsch machen, was ich früher alles falsch gemacht habe. Aber ich würde das hier wirklich abkürzen, sonst ist die Analyse einfach heute, wird die heute nicht mehr fertig. Na, also Punkt, Punkt, Ende, aus. Wir haben darüber gesprochen, wie, was, wo. Markt ist durchgelaufen, 57 nicht reagiert bisher. Ja, die 57 ist aber für mich durchaus ein Bereich, dem ich eine Reaktion zutrauen würde. Deswegen würde ich jetzt hier auch hingehen und würde jetzt sagen, also wir haben jetzt hier schon ein gewissermaßen ein Rücklaufrisiko oder eine Rücklaufchance. Und die kann im Grunde eigentlich erstmal in den Bereich reingehen, ne. Würde das daher erstmal so kennzeichnen. Nehmen wir mal das ein bisschen weg, das ist hier nicht irritiert, das ist alt. Ne, oder warte, wir schieben das einfach rüber. Das war ja nicht, dass hier einer denkt, ich versuche mir meine... Also es gibt Leute, die sagen immer, naja, du versuchst immer deine Analyse so zu drehen, dass es am Ende gepasst hat. Dabei ist es scheißegal, was gepasst hat und was nicht. Wichtig ist, was machen wir morgen? Doch, darum geht es einfach nur. So, okay, wir haben das hier drin. Gucken wir mal, warum die Farbe, ja, ist egal. So, also das könnte ich mir gut vorstellen als Rücklauf, das wäre ein schönes Rücklaufziel im Bereich um 5,50, 500. Das wäre erste Zielstation, Gelbkloß sollte man nicht ganz außer Acht lassen, bei 4,10 wäre auch noch Anlaufpunkt. Wir haben oben die 9,10, müssen auch sogar sagen, geht der höher, ne, geht der höher über die 5,10 wäre das, äh, halt, über die 5,10, 910. Geht er da drüber, ähm, also dann geht es auch wieder rein bis in die 15,100. Da haben wir auch noch ein offenes Gap, das liegt hier bei 16,000. Oh, Moment, ich muss hier mit den 1,000 rein, jetzt müssen Sie aufpassen. Also geht er rüber, über 15,950, 60, ja, da liegen, da liegt noch das alte hoch, bevor dieses Gap kam. Dann würde es sich Platz machen bis 16,075, 16,100, okay. Das ist dann die nächste Zielmarke nach oben, sind ja auch nochmal gut 150 Punkte, man sollte gut aufpassen. Hier in dem Bereich würde ich jetzt tatsächlich eher erwarten, dass es sich eintritt, ja, oder eintreten kann. Oder vielleicht sogar gar nicht dahin kommt. Eigentlich möchte ich den nicht, ne, ich möchte den nicht zeichnen, weil, also ich glaube, fast wenn er hochkommt, dann steigt er eh durch. Ähm, möchte ich das jetzt ungern lassen. Ich würde mich eher auf den Bereich fokussieren, ähm, da hätte ich jetzt mehr Zuversicht raus, wenn unser DAX nämlich jetzt hier wegdreht und langsam einkippt. Der Bereich um 15,700 ist erstmal für den Mittwoch relativ wichtig. Dann kriegt ihr den aber nicht nach oben stabilisiert rein in die 15,910 und 30, hier 25 ist das Gap, um es ganz genau zu nehmen. 15,925 ist das Gap, ne, und, ähm, dann weiterzumachen, ja. Die 865 sollte man nicht ganz aus den Augen verlieren, 875, 865 hatten wir gerade projiziert, war von hier 161% nach oben. Da haben wir hier eine Tagestiefspitze, haben wir hier eine Tagestiefspitze, haben wir hier eine Tagestiefspitze, das heißt der Bereich um 15,865 ist relativ interessant und könnte durchaus auch vor diesem Gap-Cross den Markt nach unten drehen. Ja, das, das muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass der Mittwoch, dass man jetzt nicht zum Mittwoch erwartet, dass dann wieder 300 Punkte nach oben läuft. Das kann ja grundsätzlich machen, aber das ist jetzt eher unwahrscheinlich, weil solche Tage meist doch eher alleine kommen, ne, und dann in der Regel von seitwärts gefolgt wird, ja. Also, die Erwartungshaltung wäre, ähm, am wahrscheinlichsten für den, für den Mittwoch würde ich sehen, dass er sich zwischen 865 und 700 schiebt, zur Seite. Und zum Donnerstag dann versucht er es auszuheben, ja. Macht er das Gap zu oben, wäre es für mich positiv zu werten, wäre auf jeden Fall ein guter Konter, hätte man hier fast ein V drin stehen von hier nach hier, ähm, und wenn er dann eben das noch nach oben aushebelt, dann geht Platz frei bis 16.100 und dann sogar wieder Allzeithoch, ne, muss man dann auch wieder drüber reden. Ähm, ja. Grundsätzlich, bisschen aufpassen, wer sagt, das ist für einen nichts, also, okay. Hm. Tag ist ja direkt durchgearbeitet, an einem Stück, Affe, kann man so nicht wirklich für sich nutzen. So, ähm, was ich, was ich jetzt aber eigentlich hier ansprechen wollte, ist, dass wir jeden Tag, ähm, gewissermaßen ein bisschen gegen die Erwartungshaltung gearbeitet haben. Jeden Tag. Die ganzen letzten sieben Tage, es hat der Markt sich eher Überraschungspotenzial oder Überraschungsmomentum geholt, ne, egal, ob es hier schwach aussah, er ist am nächsten Tag mit Aufwärtscap rein, es sah super stark aus, er ist am nächsten Tag mit in die andere Richtung, äh, es sah super schwach aus, er ist stark rein und so weiter und so fort, wäre ich hier einfach jetzt ein bisschen vorsichtig. Drehen die die Kerzen nämlich wieder um, steht er wieder hier in seiner Rage, steht er wieder an der 200-Tag-Linie und kann hier weiter rumspielen und hier weiter rumtornen. Und das wird er dann auch machen, ja. Ja, also, ich bin da noch ein bisschen vorsichtig, hier zu viel Optimismus hinsichtlich Jahres-Weihnachtsrede aufzurufen, weil, ich sag mal, wenn ich den Monatschart mir angucke, dann haben wir seit Juni nichts anderes gesehen wie 15.800, 15.100. Ja, immer mal ein bisschen oben drüber, ein bisschen unten drüber, immer wieder hin, her, hin, her, hin, her und die aktuelle Kerze, die runterkam, hat er jetzt schon wieder fast, 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 fast aufgegessen jetzt halt, ne. Wo haben wir den Dezember beendet? Den Dezember haben wir hier unten beendet. Das war die letzte Kerze vom November und angefangen hat er, hat er hier, das heißt, die Novemberkerze von da nach da ist komplett im Monatschart mit der Dezemberkerze stand jetzt schon ausgeglichen, das heißt, da muss ich gar nicht mehr so viel machen für eine Jahresendrede oder für eine Weihnachtsrede, ne. Da würde ich einfach, da würde ich einfach nicht zu viel Optimismus jetzt hier an den Tag legen und hier schon zu, zu positiv werden, ne. Würde, ach, scheiße, das ist zu langes Video, egal. Würde ich einfach noch nicht zu positiv und noch zu optimistisch werden und würde wirklich da noch ein bisschen Ruhe einplanen. In der Regel sieht man meist vom 15.12. bis Jahreswechsel nochmal eine gute Phase, auch gute zwei Wochen. Der muss jetzt hier nicht jetzt durch die Decke springen und Richtung 18.000 losrennen, ne. Kann auch sein, dass das jetzt erstmal wieder ein bisschen seitwärts übergeht. Da muss man einfach aufpassen, wie man auch mit diesem einen Tag jetzt umgeht, ne. Es ist jetzt ein Tag, absolute Stärke. Vorher, die fünf Tage, war Welt geht unter, China chaotisch, alles chaotisch, die Welt geht unter. Und jetzt ist man plötzlich super optimistisch, dass die Jahresendrede kommt. Da muss ich einfach ein bisschen vorsichtig halten, ne. Wenn das eine Finte ist oder bloß eine Fake-Kerze, der arbeitet am nächsten Tag wieder runter, da würde ich jetzt nichts über, also nichts überstürzen, ne. Und mir wirklich jetzt die nächsten Stunden auch, die nächsten Tage einfach immer mit angucken und dann gucken, höhere Hohes, höhere Tiefs, ne, ist immer ein höheres Tief, dann kann man schon anfangen, auch Longs zu suchen, auch vielleicht auch Long-Termin-Produkte zu suchen, wenn man sagt, okay, man will jetzt mit den Aktien nicht unbedingt jetzt noch reinsteigen oder die sind noch nicht da, sichert sich das irgendwo ab. Das gibt so viele Wege, wie man mit umgehen kann, ne. Aber grundsätzlich, für mich persönlich, ist jetzt hier erstmal noch kein Grund da, einem überstürzt jetzt irgendwie alles über den Daumen zu brechen, weil der eine Tag so stark war. Dafür hat man einfach jetzt auch zu viele schwache Tage drin, ne, da weiß ich nicht, da möchte ich dann auch schon ein bisschen mehr durchschalten, also da möchte ich einfach ein bisschen mehr auch sehen, das reicht mir jetzt noch nicht. Das ist ein super starker Tag, ohne Frage will ich gar keinem rausreden, das ist auch eine Signalkerze, ohne Frage. Aber wie gesagt, wir haben einfach zu viele Fake-Tage jetzt die ganzen letzten Tage gehabt, immer, immer, immer wieder. Und dann möchte ich einfach nur auf Nummer sicher gehen und jetzt nicht, dass wir am Mittwoch jetzt hier das Gap zumachen, nach unten mal ganz blöd gesprochen, ne. Würde ich einfach ein bisschen abpassen. Ja, gut, okay, die Eckpunkte sind klar, 15.700 ist klar, 15.550 ist klar, 15.500, Gap-Close ist klar, oben ist der Gap-Close hier klar, im Bereich um 15.950, 15.960 ist klar, auch die Chance darüber ist klar und von daher, denke ich, können wir jetzt hier zumachen. Ähm, Analyse beenden ist jetzt nun doch länger geworden, dann ist das so, kriegt das halt erst. Tut mir leid, dass das jetzt dann halt auch später erst kommt, die Analyse. Aber das ist auch wichtig, dass man einen solchen Tag wirklich nochmal als Anlass nimmt, um auch an sich selber zu arbeiten, wenn man hier wirklich massiv auf die Fresse gekriegt hat, weil man aus dem Instinkt heraus immer den Fehler an der falschen Stelle sucht. Ja, gerne genommen ist auch, ach ja, mein Stop-Loss, ne, hätte ich, oder hätte ich mehr Geld auf dem Konto, war von mir auch Klassiker, hätte ich mehr Geld auf dem Konto gehabt, hätte ich das alles aussetzen können, wäre das alles egal gewesen, dann wäre ich jetzt noch long drin, bla 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 bla. Das sind alles Ausreden, das ist, damit beschwindelt man sich selber. Ne. Fakt ist, ich muss mein Risiko steuern, sonst funktioniert Trading einfach nicht. Das ist es, worauf es ankommt und darauf muss man sich fokussieren. Damit man in solchen Tagen nicht frustriert am Abend da sitzt und sagt, alles ist scheiße, sondern damit man sich sagen kann, krasser Tag, ey, fett, hätte ich so nicht gedacht. Okay, gucke ich mir mal morgen an, was ich handeln kann. Punkt. Ja, also, da wirklich ein bisschen in euch gehen und gucken. Gut, Video viel zu lang, ist egal, ist es wichtig, ich muss das einfach machen. Das sind so Tage, da muss man sich die Zeit einfach mal nehmen. Okay, also ich wünsche euch Spaß, gutes Gelingen, viel Erfolg zum Mittwoch dann. Und wie gesagt, bitte aufpassen, dass er runter zu dann nicht die gleichen Fehler macht wie hoch zu, wenn er sich jetzt hier wirklich entgegengesetzt durchaus deutlicher entwickeln sollte, ja. Passt ein bisschen auf. Tschö. Und wie geht's dich? Untertitelung des ZDF, 2020